Musik Hallo und moin moin meine Damen und Herren, herzlich willkommen wieder auf dem gelben Sofa bei Lass mal schnacken und auch ganz herzlich willkommen mein Gast Regina Raubusch. Regina, herzlich willkommen. Ja, danke schön. Schön, dass du da bist. Wir sind ja schon so ein bisschen im Gespräch gewesen und heute klappt das. Du bist ja auch noch immer gut in der Arbeit und das hält dich ja auch jung. Genau. Siehst du auch noch immer noch sehr, sehr gut aus. Ich danke dir. Bitte sehr, gerne. Lass es jetzt genick geschmeichelt werden. Das ist meine ehrliche Meinung. Und gesundheitlich alles gut? Ja, ich kann nicht klagen. Aber vielleicht ist es auch dieses ständig in Bewegung sein, noch arbeiten und nicht nur Rentnerin, sondern im Unruhestand sein. Und ich habe ja auch immer noch meine Firma und das ist mir auch wichtig. Und das Beratung kann man auch noch mit über 70 machen und vielleicht noch mit 80 mal sehen. Das kommt immer auf die Gesundheit drauf an. Ja, über deinen Beruf oder über deine Selbstständigkeit reden wir ja gleich noch. Jetzt kommen wir jetzt mal zu deinem Geburtsdatum. 14.10.51. Wir sind ja drei Tage auseinander. Ach. Ich habe auch 17. Ja, guck mal. Ja, kann man ja fast zusammen feiern. Zwei Waage. Zwei Waage. Kann nichts schief gehen. Genau. In Kiel geboren. In welchem Stadtteil? Ja, ich bin am kleinen Kiel geboren. Da gab es am Lorenzendam eine Privatklinik und da hat meine Mutter entbunden auf einem Sonntag. Und die Glocken haben geläutet morgens um halb sieben. Ja, da bist du auch noch Sonntagskind. Wollte ich gerade sagen, ob ich es auch noch Sonntags bin und eine Waage. Ja. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht, genau. Und wo habt ihr denn gewohnt in welchem Stadtteil? Wir haben, hast du schon mal weg gewohnt? Ach so. Also zunächst haben wir bei meiner Großmutter gewohnt. Anfang der 50er war ja noch viel Wohnungsnot. Ja. Und das passte ganz gut. Meine Großmutter betrieb ja als Unternehmerin eine Schlachterei und Wurstfabrikation. Und ja, damit bin ich also mit Fleisch und Wurst auch groß geworden. Schöne Kindheit gehabt? Ja, muss ich sagen. Gut. Nächster Schritt ist Schule. Ja. Grundschule? Oder jetzt eine Volksschule, ne? Nein, erst mal Grundschule. Das war noch in Kiel. Ja. Und das war die Friedrich-Junge-Schule. Ah, Friedrich-Junge-Schule. Ja, wir hatten es ja nicht weit. Nö. Wir haben dann nachher am Hassisch-Stammerweg gewohnt. Ja. Einfach die Straße hochgehen. Es waren ja kaum Autos da. Ich bin 58 eingeschult. Ja. Da war noch alles so. War eine andere Zeit, ne? War eine andere Zeit. Die Straßenbahn fuhr, ne? Ja, so ist es. So vier Jahre vorbeigerunschung und dann ging es in eine höhere. Ja, ich bin auf die Realschule gekommen. Wir sind auch umgezogen. Das war so der Zeit des ersten Wandels. Wir sind nach Kunsthagen gezogen. Meine Eltern hatten dort gebaut und ich habe das bedauert, aus Kiel raus zu müssen wegen der Freundin. Ja. Und jetzt freue ich mich, dass ich in Kunsthagen wohne. Ja, schön. Wohren wir ja zusammen. Ja, genau. Jetzt ist Schulzeit beendet mit der mittleren Reife und jetzt gab es eine Ausbildung sicherlich, ne? Genau. Und ich hatte schon als Schülerin gearbeitet bei Hertlag und Lampe. Da war ja mein Vater der Chef. Und ja, das hat mich irgendwie animiert. Ich fand das toll, mit Mode zu tun zu haben. Und dann ging es ja darum, wo mache ich eine Ausbildung? Also ich muss sagen mal, ich bin in einem sehr liberalen Haus groß geworden. Mein Vater hat nicht gesagt, du musst jetzt das und das machen. Und er wusste aber, ich würde mich für die Textilsache entscheiden. Ich würde gerne Herrenartikel lernen. Das durfte ich aber nicht, weil es fand sich niemand, der mich nehmen wollte. Mein Vater war ja ein bekannter Textilkaufmann. Und das war für mich dann hinderlich. Oh. Ja, dann habe ich da Mode gelernt bei Modehaus Torno. Ach, Torno. Gibt es jetzt nicht mehr. Aber der Sohn Peter Torno, wir sehen uns manchmal noch so auf der Holzenstraße, der hatte bei meinem Vater gelernt. Und es war früher üblich, ja, der Sohn von dem lernt dort und die Tochter lernt dann dort. Das war einfach so. Also ein Austausch. Das war wie so ein Austausch, aber es war auch kein Zuckerlecken, nicht? Man wurde nicht bevorzugt. Nein, nein, das ist richtig gut. Wurdest du nach der Lehrzeit übernommen dort? Sie wollten mich übernehmen, ich habe aber das Unternehmen gewechselt. Ich bin zu Weibart gegangen. Die haben ja mir Geld bezahlt. Damals war es ja auch. Wichtig, da mal ein bisschen mehr zu verdienen. War das deine eigene Entscheidung? Das war meine eigene Entscheidung. Ja. Und ich wusste auch, dass man sich gut weiterbilden kann. Das hat Weibart damals gemacht. Er hat die Leute gefördert. Ja. Das war damals alles noch ganz anders als heutzutage, aber es hat mir viel gebracht. Ja. Dein Vater hat dir dann irgendetwas geraten? Ja. Das war eine Zeit, also ich war eine Zeit von Weibart, da bin ich auch nicht so lange geblieben. Ich wollte dann ja wirklich mal in die Herren-Mode und bin zu Kelly gegangen. Kelly ist Jahrgang 34 gewesen. Der hat auch bei meinem Vater gelernt. Und der hat mich natürlich mit Kusshand genommen. Die Tochter von Raubusch bekannt. Das war ja wie Marketing für ihn. Und ja, dann hat mein Vater aber gesagt, der war eigentlich ein bisschen sauer drauf, dass ich das gemacht habe. Es war so ein bisschen Protesthaltung Vater-Tochter. Ich hätte ja auch zu Herrn Lange Lampe gehen können. Die hatten ja auch einen Herren-Ausstatter. Ja. So. Und da hat er gesagt, warum bist du nicht zu uns gekommen? Und so weiter. Das habe ich ja alles heimlich gemacht. Ich wollte einfach mal so ich sein und selbst entscheiden. Und dann, das habe ich auch eine Weile gemacht. Und dann hat mein Vater gesagt, du musst nach England. Du musst mal raus hier. Und vor allen Dingen England, die Sprache, die lernst du eigentlich besser da, wo sie wirklich jeden Tag gesprochen wird. Und so bin ich dann nach Birmingham gekommen und habe für die Foster Group gearbeitet. So ein bisschen wie C und A kann man das vergleichen. Die haben sehr viele Filialen in ganz England. Und ich habe da auch privat eine Wohnung gehabt bei einem Ära Manager. Und die Engländer sind sehr stolz. Also ich kann nur sagen, es war meine schönste Zeit. Ja, die haben mich überall, die haben gesagt, du musst England kennenlernen. Ich hatte Wochenende immer frei, sodass ich überall hin. Und die haben mich auch gelöchert. Wo warst du am Wochenende? Was hast du erlebt? Die wollten einfach ihr Land zeigen. Und sie sind sehr tolerant und sehr, ja, die waren stolz. Also ich war ja im Grunde einer der Ersten durch eine EU, die überhaupt dort arbeiten durfte. Und die Engländer hatten in den 70er Jahren eine hohe Arbeitslosigkeit, aber sie mussten mich nehmen aufgrund der EU. Das war sehr interessant. Wussten viele vielleicht auch gar nicht. Hat dich das sehr weit weitergebracht? Auf jeden Fall. Ja. Erstens mal kannte da keiner meinen Vater. Ja. Und ich war auf einmal ich. Und nicht die Person, wo immer gesagt wurde, ach, du bist ja die Tochter von oder entschuldigen Sie bitte, aber haben Sie was mit Bruno Friedrich Raubusch zu tun? Ja. Und das war ich auch irgendwo leid. Also mein Selbstbewusstsein ist gewachsen in England. Glaube ich gerne. Ja. Ich habe viele Gäste gehabt, die auf den Kaufmännischen kommen, die in England waren. Sehr verwunderlich. Ja. Ich habe einen Freund zum Beispiel, der war auch eine ganze Zeit in England. Da hat er gesagt, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich nicht so ein Wissen mir aneignen können. Und das ist ja wohl, England ist ja wohl irgendwie doch wohl ein sehr gutes Land, ne? Das ist richtig. Ich sage mal, die leben anders. Also sie respektieren, sie kümmern sich, wenn man aus dem Ausland kommt und dort arbeitet. Und das ist uns eigentlich immer fremd gewesen. Das hat mein Vater auch gesagt. Mensch, bei uns arbeiten so viele Leute aus Dänemark und da sagen wir dann, du hast deinen Job, mach den gut und alles ist gut, du wirst ja bezahlt. Und das machen die Engländer nicht. Die kümmern sich mehr. Und das fand ich sehr hilfreich. Und diese Art auch Hilfestellung zu geben, die war dann auch irgendwann mal mir zu eigen, dass ich auch anderen Leuten geholfen habe. Ich habe dadurch selbst Freunde aus Amerika kennengelernt, eben weil ich mal geholfen habe. Schön. Wie lange warst du da? Ein Jahr. Ein Jahr. Also ein knappes Jahr, weil ich bin Weihnachten 1974 wieder nach Hause gefahren, weil mein Vater sehr krank war. Das wussten wir alle, dass er schwer krank ist. Aber es wurde immer totgeschwiegen und nun konnte man das nicht mehr totschweigen, ja. Wie ging es dann weiter, nachdem du hier warst? Dann bin ich wieder zu Kelly, der hatte mir das ja freigehalten. Er wollte ja auch unbedingt, dass ich wiederkomme. Und mein Vater hatte dann die Idee, dass wir alle zusammen auf die Kölner Messe fahren. Er wollte einmal mit mir noch auf die Messe, weil er sagte, die nächste Saison im Sommer werde ich gar nicht mehr erleben. Ich fiel das für Quatsch, aber natürlich sind wir dann zu dritt gefahren, haben eine kleine Wette abgeschlossen, wer von den beiden Herren dann die meisten Leute auf der Messe kennt. Und das war eine gute Zeit. Und abends ist mein Vater, ich wollte in die Disco mit den ganzen Einkäufern, durfte nicht. Mein Vater wollte mit mir essen gehen und sagte, es ist der letzte Abend, wo ich dann nochmal zeigen kann, wie man mit einem Fünf-Gänge-Menü umgeht. Meine Zeit ist abgelaufen und das war tatsächlich so. Und was hast du dann von Kelly, bist du dann ja weitergekommen, ne? Ich bin dann zu Hetlangenlampe in die Gruppe gegangen und habe dort im Handshop gearbeitet, dann später als Teilungsverteilung. Aber da lebte dein Vater nicht mehr? Da lebte man. Ein paar Monate hatte ich ihn noch. Er war ja in der Firma Hetlangenlampe sowas wie der General, also the General, haben sie immer gesagt. Und das war auch eine harte Zeit noch die vier Monate. Er hat noch selber seine Tochter überprüft, ob das alles gut läuft und wie meine Umsätze sind und was ich mache und tue und so weiter und gestalte, ja. Dann gab es aber so einen Umbruch bei Hetlangenlampe, ne? Dann gab das einen Umbruch. Ich selber war auch im Umbruch, muss man dazu sagen. Der Liebe wegen habe ich gekündigt bei Hetlangenlampe. Und da ist dann viel schiefgelaufen. Ich war ja mit einem Iraner zusammen und dann kam ja Khomeini ins Spiel und dann wurde alles anders in meinem Leben. Und ich bin dann 1979 nach Hamburg gegangen und habe dort angefangen im Bereich Ledermoden in einem kleinen Spezialgeschäft. So klein ist das gar nicht. Die hatten auch Filiale in der Schweiz und die haben mich auch in die Schweiz geschickt. Sozusagen wie heute ein Interimsmanager, der auf Zeit dort eine Filiale leitet. Und dann bin ich wieder zurück nach Hamburg und gesagt, nee, ich muss doch wieder in die textile Mode. Das zieht mich mehr an. Und im Juli 80 wurde die Firma Hetlangenlampe ja übernommen von der Leineweber-Gruppe Ortlab Sportlab. Und dann haben die gesagt, ja, nun bist du wieder da. Und der Unternehmensleiter sagte, also Frau Raube, wenn Sie so gut arbeiten können wie Ihr Vater, dann habe ich gedacht, oh Gott, jetzt habe ich wieder dieses Spielchen Vater, Tochter und werde verglichen. Und das hat mir aber dann nichts mehr ausgemacht. Ich war ja schon ein bisschen älter und gefestigter und ja, und so war mein Einstieg und so bin ich auch wieder nach Kiel gekommen. Okay, aber da war ja eine ganz schlimme Zeit mit Filialschließungen, nicht? Ja. Warum? Also ich sage mal, wir haben eigentlich schon Anfang der 80er Jahre gemerkt, dass sich der Markt verändert. Wir hatten ja auch alles, nicht? Früher, als ich noch in die Lehre kam, da hatten viele ja Händering gesucht, einen Preis für einen Mantel zu bekommen. Die hatten nichts in den 50er und 60er, nicht? Und immer mehr kam ja, dass man immer mehr gekauft hat und der Markt war auch schon ein bisschen gesättigt. Und kleine Filialen haben sich in der Provinz dann auch nicht mehr halten können. Das war einfach zu aufwendig, zu teuer dann auch. Und daraufhin, ich war in der Zwischenzeit war eine Bereichsleiterin für die Häuser in Schlitzwig-Holstein, wie eine andere Kollegen auch. Wir waren viele Frauen damals auch in Führungsposition und dann mussten wir leider die kleinen Filialen schließen. Das war bitter für mich. Ja. Aber trotzdem warst du ja noch beschäftigt, nicht? Ich war da noch beschäftigt. Nur mein Vater hat ja die Firma Hedlangenlampe groß gemacht mit all diesen Filialnetzen in Schleswig-Holstein. Es gab ja übrigens auch noch eine Hosenfabrik früher, nicht? In der Rendsburger Landstraße, die auch zur Hedlangenlampe gehörte. Und das tat schon weh. Also ich musste mit Tränen in den Augen in der Münster gestanden, als wir die Laden zumachten und habe gedacht, ja, mein Vater hat viel, viel gearbeitet für all das, um etwas aufzubauen und die Tochter kommt und schließt. Jetzt hast du irgendwie Ideen entwickelt, dich zu verändern oder weiterzukommen oder möglicherweise dich sogar selbstständig zu machen. Jetzt hast du Seminare gemacht. Das war ja sicherlich auch mit einem Hintergrund verbunden. Das ist richtig. Wir hatten auch in der Leineweber Ortlepp-Sportlepp-Gruppe einen Wechsel in der Unternehmensleitung und der neue Unternehmensleitung. Das war ein Visionär. Und der hörte davon, dass ich auch viel mit Ausbilderei machte. Ich hatte ja auch schon einen Ausbilderschein Mitte der 80er. Und da hat er gesagt, ich soll nach Hamburg kommen. So vom Kopf her habe ich gedacht, na gut, dann soll ich wohl da die Ausbildung machen für alle. Ja, Ausbildung für alle hieß, für die Mitarbeiter, für die Geschäftsleitung, für die Auszubildenden. Und zwar für alle. Und wir waren ja über 1000 Mitarbeiter in ganz Deutschland. Und da habe ich gesagt, das mache ich. Das ist gut. Und er hat mich gefördert. Man braucht auch immer ein bisschen Glück, um gefördert zu werden. Und ich hatte alle Manager-Seminare, die man bräuchte. Ich bin sogar am Kloster zum Schweigen geschickt worden. Das war auch nicht so ganz einfach. Aber hat mir gut getan. Und dann bin ich in dem Bereich Personalentwicklung und habe das dort mit organisiert und aufgebaut. Wir hatten ein eigenes Assessment Center in Hamburg. Und viele Leute wollten auch bei uns ausgebildet werden, weil wir gut ausgebildet hatten. Die sind echt gekommen. Wir ziehen Auszubildende an. Da hatten wir immer einen Pinguin im Schaufenster stehen. Überall. Und die Leute haben angerufen und gesagt, da möchten wir auch weiterkommen. Ja. Das war sicherlich ja eine sehr schöne Sache, die du da gemacht hast und hat dich sicher auch ausgefüllt. Ja. Aber trotzdem kam jetzt wieder eine erneute Idee. Genau. Und du hast eine neue Ausbildung gemacht, aber in einem anderen Bereich. Das ist richtig. Also wenn ich schon mit Personal zu tun habe, um diesen ganzen Organisationen zuständig war für Personalentwicklung, dann muss ich auch irgendetwas noch machen. Und da habe ich dann immer einen Personalfachwert gemacht, um das zu vervollständigen. Ja. Und wir waren ja ein hundertjähriges Unternehmen in der Handelsgruppe Ortlab Sportlab. Da denkt man ja auch, es passiert eigentlich nichts mehr. Du bleibst hier bis zur Rente. Pustekuchen. Es gab das Gerücht dann plötzlich, wir würden verkauft werden. Ja. Lieferanten sagten das, Kunden erzählten das. Nur selbst wusste man nichts. Und dann sind wir 1993 tatsächlich, wir waren die erste große Firma, die verkauft wurde, an ein noch größeres Unternehmen. Und dann kam ja ansonsten nach Kiel. Ja. So. Und da war für mich ja die Welt irgendwo auch nicht mehr in Ordnung. Ich musste mich auch sortieren. Und das war auch wieder mal ein Neuanfang. Und letztendlich landete ich dann auch in der Selbstständigkeit. Ja. Und das mache ich ja immer noch. Ja, ist in Ordnung. Aber da kam irgendwie noch Westfalen ins Spiel, ne? Ja, genau. Wir hatten Verabschiedung in Hamburg und einer der Geschäftsführer, also ich muss sagen, die Firma Brax, höchstgrößt immer noch der größte Hosenhersteller Deutschlands, die wollten mich dann ins Mutterhaus holen. Also unsere Handelsgruppe gehörte ja zu Brax, Leineweber. Und da habe ich natürlich gesagt, ja, vom Kopf her, nicht vom Bauch her. Der Kopf hat gesagt, wunderbar, du kriegst irgendwann ein Top-Zeugnis, du gehst irgendwann auch wieder in den Norden. Ost-Westfalen-Lippe ist nicht schlecht, aber es ist nicht Schleswig-Holstein. Ja. Und ich bin froh, dass ich dann in den Norden zurückkam. Wir haben uns dann auch getrennt. Das war nicht meins. Und das war die richtige Entscheidung? Das war die richtige Entscheidung, ja. Und jetzt bist du wieder zurückgekommen. So, jetzt warst du ja schon in vielen Geschäften in Kiel. Ja, ja. Und jetzt warst du selbstständig. Mittlerweile, ne? Ich habe mich in dieser Umbruchszeit, als ich dann wieder in Kiel war, habe ich mich natürlich auch in Hamburg wieder beworben. Ich habe ja auch eine wahnsinnig lange Zeit, fast fünf Jahre in Hamburg gearbeitet und in Kiel gewohnt. Das war wie Straßenbahnfahren mit der Deutschen Bundesbahn. Ja. Nur, wenn man in so einem großen Unternehmen gewesen ist, dann haben auch kleine Fachgeschäfte oder auch Betriebe im mittleren Bereich Angst. Oh Gott, oh Gott, die weiß zu viel, die will viel Geld verdienen und die weiß zu viel, auch arbeitsrechtlich vielleicht. Also das hat nicht hingehauen. Und da haben einige schon gesagt, mach dich selbstständig, bleib doch. Ja, ich will auch bleiben im Personalbereich. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Aber verbunden mit Seminaren, oder? Ja, schon verbunden mit Seminaren. Das war auch so ein Glücksfall. Da wurde in einer Akademie ein Verkaufstrainer gesucht. Und ich war schon gerade fertig auch mit meinem Fachwirt. Und da habe ich gesagt, das mache ich. Aber freiberuflich. Ich habe noch keine Firma gegründet. Und da sagten die dann, na ja, ich sage, auf einem Bein kann ich ja nicht stehen. Wenn die sagen, du das war es, wo bleibe ich danach? Also ich brauche mehrere Aufträge. Und dann habe ich auch andere Akademien gefunden. Ich habe auch für die Wirtschaftsakademie gearbeitet. Ja, und so ging das immer weiter. Und dann habe ich mir auch auf die Fahne geschrieben, auf jeden Fall kleine und mittelständische Betriebe zu bedienen. Und das ist dann auch gewachsen. Hatte dann auch Mitarbeiter. Und ja, und jetzt versuche ich eine Rolle rückwärts und sage, ich habe meine Stammkunden, arbeite auch noch weiterhin, wenn jemand Bedarf hat, Neukunden, dann ja. Aber auch nicht mehr so viel mit Fahrerei. Also das mache ich nicht mehr. Also Personalberatung, das ist ja eigentlich, gibt es da viele von? Das gibt es. Nur mein Schwerpunkt ist natürlich die Entwicklung, Mitarbeiterentwicklung, Unternehmensentwicklung. Oder wenn jemand sagt, unsere Firma ist zu klein, um auch einen Personalleiter zu haben, dann kann ich die auch noch bedienen. Das ist eine schöne Sache. Da kann man auch im Homeoffice arbeiten. Das war eine gute Sache, auch während Corona. Und ja, und das mache ich nach wie vor. Ich habe natürlich, man darf nicht stehenbleiben. Man muss dann auch gucken, Personalentwicklung auf der einen Seite, aber auf der anderen meine eigene Entwicklung. Mit welchen Methoden möchte ich arbeiten? Ich habe dann ja eine Coaching-Ausbildung gemacht und eine Trainerausbildung an der Wirtschaftsakademie. Ich bin also zertifizierte Dozentin in der Erwachsenenbildung. Und dann letztendlich viele Wege tun sich plötzlich auf. Und ich habe dann noch eine Ausbildung zur Systemaufstellerin für Organisationen gemacht. Und das mache ich also für Firmen oder für die, habe ich auch mal mitgebracht, meine Flyer. Und das mache ich nach wie vor auch offene Seminare. Dann kommen die Leute zu mir. Also du berätst jetzt, frage ich jetzt einfach mal so. Also du berätst auch jetzt Leute, die irgendwo jetzt richtig untergebracht werden können. Dann hast du praktisch mit Leuten zu tun, die Arbeit suchen. Und du hast mit Firmen zu tun, wo du möglicherweise die Leute, die jetzt zu dir kommen, unterbringen kannst. Ist das richtig? Das ist eher weniger. Also es ist schon, dass die Firmen bei mir buchen und sagen, wir wollen Kommunikationstraining machen. Oder es gibt einen Konflikt, wie können wir den lösen? Da geht es auch nicht mehr um Textilfirmen. Das war auch erst, was ich auf dem Schirm hatte. Also ich bin sehr breit aufgestellt. Ob das eine Druckerei ist oder ein Immobilienunternehmen, das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und dann gehe ich in die Firmen. Oder wir buchen im Hotel einen Raum, wo man diese Seminare geben kann. Und das ist jetzt für dich jetzt auch ausreichend? Ja. Und du machst das auch alleine jetzt, ne? Jetzt mache ich das alleine, weil ich gesagt habe, jetzt specke ich auch ein bisschen ab, damit ich nicht mehr jeden Tag Seminare gebe. Und die offenen Seminare, die ich mache, die sind bei mir im Haus. Ich arbeite dann nur mit kleinen Gruppen. Und da geht es häufig um Nachfolgeregelungen, auch um Konflikte. Das sind dann manchmal Leute, entweder die haben selbst ein Unternehmen oder sie sind privat unterwegs und sagen, ja, gestern war ich Kollege und heute bin ich Abteilungsleiter, Holla, was passiert hier eigentlich? Und die lassen sich dann auch bei mir coachen. Breites Feld, ne? Breites Feld, ja. Ja, interessant. Ja. Und machst du das auch zu Hause oder mit in kleinen Gruppen? Das kommt drauf an. Also wenn das eine Firma ist, die sagt, kommen Sie zu uns, dann machen wir das dort. Oder aber ich mache es bei mir. Und die Chemie muss natürlich stimmen. Also man kann niemandem sagen, Sie müssen jetzt zu Frau Raubusch. Sondern da muss man selbst spüren und sich erst mal kennenlernen. Ja. Gut, Regina, ich könnte mir vorstellen, dass du möglicherweise Gedanken hast, dich noch mal zu verändern. Du hast ein breites Wissen. Und bist du denn mit der Tätigkeit, die du jetzt ausübst, zufrieden? Oder hast du vielleicht irgendwann noch mal eine Idee, ob man könnte eigentlich noch mal irgendwas dazu machen? Na gut, ich habe natürlich auch Ehrenämter. Das darf man auch nicht vergessen. Und als ich sehr jung war, habe ich überlegt, damals schon, da war ich vielleicht vier oder 25, dass ich ja sehr viel Glück gehabt habe. Meine Eltern waren meine Vorbilder, meine beiden Großmütter, beide Unternehmerinnen waren Vorbilder für mich. Da habe ich viel gelernt. Fürs Leben habe ich gelernt zu Hause. Und dann habe ich immer gesagt, irgendwann möchte ich das auch mal weitergeben. Und ich bin ehrenamtlich Mentorin der Käthe-Allmann-Stiftung. Ich bin dort im Freundeskreis. Wir unterstützen junge Unternehmerinnen, die jetzt sagen, ich brauche einen Erfahrungsaustausch. Das ist kein Coaching, es ist Mentoring. Und ich war viele Jahre auch Regionalleiterin für den Verband Deutsche Unternehmerin. Und daraus hat sich ja das entwickelt, zu sagen, Mensch, man hat es schwer genug. Lass uns junge Unternehmerinnen unterstützen. Jung bitte nicht verstehen, als das müssen ganz junge Hüpfer sein, sondern jung gegründet. Das kann eine 40-Jährige sein, die sagt, ich bin jetzt ein Jahr am Markt, aber da sind Sachen, da komme ich nicht mit klar. Und dann kann die sich bei uns in Hamburg anmelden und bekommt dann auch eine Schützenhilfe. Und die sucht sie sich dann aus, welche Mentoren sie möchte. Da bist du auch immer noch mit dabei. Da bin ich auch immer noch dabei. Und ich war auch, ich sage mal, das habe ich gerade gestern nachgerechnet, seit 2004 auch in der IHK sehr aktiv. Ich war viele Jahre ehrenamtlich tätig. Also Ehrenamt überwacht sozusagen. Das Hauptamt arbeitet auch mit dem Hauptamt schön zusammen. Und ich kandidiere jetzt auch noch mal für die nächste Vollversammlung. Oh. Ja. Frauen in die Wirtschaft. Bitte? Was ist das dann für eine Position? Das ist Ehrenamt in der Vollversammlung. Das sind die, die jetzt zusammenarbeiten und auch gucken, was macht das Hauptamt. Und das ist eigentlich auch ein Riesennetzwerk. Und ein Netzwerk braucht man immer. Ja. Das ist wohl wahr. Tolle Tätigkeiten. Ja. Und die hast du mit viel Freude und Spaß ausgeübt. Das merke ich, wie du das erzählst. Das kommt richtig schön rüber. Und auch das, was du jetzt machst, finde ich ganz toll. Also man muss Freude haben, sonst hat man keinen Erfolg. Begeistert sein über das, was man tut. Und nicht mit dem Kopf, sondern immer schön aufs Herz hören. Ganz genau. Mit allem, was dazugehört. Genau. Regina, hast du viele Tätigkeiten jetzt? Gibt es bei dir dann auch Zeit für ein Hobby, wenn du dann überhaupt eins hast? Ja. Also mein Hobby ist der Garten. Das ist ja groß genug. Und ich reise gerne. Aber für mich ist manchmal auch so die Kombination Reisen und auch noch weiter lernen. Also ich fahre fast jedes Jahr nach Bad Kissingen. Da habe ich mal eine Ruhe. Aber ich gehe auch zum Kongress der Akademie Heiligenfeld. Das tut mir immer sehr gut. Und das ist dann so ein schönes Wechselspiel. Und wenn ich reise, dann möchte ich auch Land und Leute kennenlernen. Also kein All-Inclusive. Und ich bin gerade am überlegen. Es ist manchmal nicht so einfach. Es müssen ja auch immer mehrere Leute da sein, wenn jemand etwas Tolles anbietet. Und die in Taka, das ist auch, die machen auch ganz viele Trainings in Regensburg. Ist ja nicht um die Ecke. Aber die machen auch auf Kuba NLP. Und da würde ich gerne nochmal mitmachen. Und der Gerhard Giegler, der Unternehmer dort, der hat schon mir gerade in mir geschickt, dass das wohl was wird mit Kuba. Das liegt jetzt an Kuba selber, dass wir dort drei Wochen lang dann in Kuba mit mehreren Leuten neu linguistisches Programmieren lernen, als Practitionizer. Das liegt jetzt an Kuba. Kuba hat sehr gelitten unter Corona und hat auch wenig Benzin. Und wir müssen ja eigentlich vom Flughafen dann irgendwie nach Baracoa kommen. Und das ist dann nicht so ganz einfach. Das ist jetzt noch die Hürde. Kuba ist traumhaft schön. Ja. Ja, mach das. Ist ganz, ganz toll. Wunderbar. Jetzt hast du ja eine ganze Menge erlebt in deinem Leben. Ja. Und gibt das da irgendwie was Besonderes? Ich sage mal, ich frage immer so nach einem Highlight. Was du da so hast, wo du sagst, gut, okay, da waren viele Dinge, aber vielleicht etwas Außergewöhnliches oder etwas Besonderes. Also, das war vieles Besondere. Also, ich sage mal, England war eine tolle Zeit. Ja. Möchte ich nicht missen. Denke ich heute immer noch drüber nach. Meine Reisen. Ich habe viel gesehen von der Welt. Das war immer ein Highlight. Also, als ich in Portugal war, da habe ich meine Mutter, wir sind auch manchmal verreist, weil mein Vater ja nicht mehr lebt, da habe ich sie mal mitgeschleppt. Aber wir haben immer Reisen gemacht, auch Land und Leute kennenzulernen und nicht irgendwo nur in der Sonne zu liegen und dann in den Pool zu springen. Und das war eigentlich immer sehr schön. Und natürlich das Land, was ich sehr geliebt habe, wo ich leider jetzt gar nicht mehr hin kann, das ist der Iran. Und für mich wäre ein Highlight von Tabriz bis nach Banda Abbas mit dem Wohnmobil zu reisen. Das wäre also vom Norden des Iran, der ja wunderschöne Landschaften hat. Ich sage mal, manches ist ähnlich wie Schweiz, manches sieht aus wie Helgoland von den Gesteinen her. Und Banda Abbas, das ist natürlich Sandwüste unten im Süden, aber das ist jetzt natürlich nicht möglich. Aber vielleicht wird es irgendwann möglich. Okay. Ich wünsche dir das. Vielleicht wird das mal alles besser, aber wer weiß wann. Das wissen wir alle nicht. Die ganze Welt brennt. Die ganze Welt brennt, ja. Da ist es so. Genau. Regina, ich wünsche dir in deinem Unternehmen weiterhin alles, alles Gute und weiterhin viel Erfolg, den du ja auf jeden Fall haben wirst. Denn du bringst da eine ganze Menge mit. Und vor allen Dingen, bleib gesund und in deinem schönen Konzert, in deinem schönen Haus und mach dir noch ein schönes Leben. Das mache ich. Ja, vielen Dank auch, dass ich hier sein durfte. Gern geschehen. So, meine Damen und Herren, das war jetzt mal Regina Raubusch mit einem ganz anderen Leben. Und in der nächsten Woche haben wir Herrn Carsten Deckner. Na ja, Herr Carsten Deckner betreibt die Fischfarm Forelli, die teilweise, glaube ich mal, nicht betrieben wurde. Aber die hatte vorher Gert Schulze sehr lange eröffnet und auch sehr, sehr viele Jahre gemacht. Und der wird in der nächsten Woche hier sein. Und da freue ich mich natürlich auch drauf und würde mich freuen, wenn Sie dann auch dabei sind. Und wünsche Ihnen doch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Alles Gute und herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.